so aufnahme ist jetzt auch an und ich würde sagen als wesley snipes gehen wir jetzt in die zweite runde direkt hintereinander weil das hat ja eben relativ gut geklappt ich bin dein bruder wayne snipes gillian knight ist nur mein künstlername der nachtseher ist auch mein künstlername als gillian knight habe ich auch schon unter dem synonym gk 15 rap album veröffentlicht gibt eine stacheldrahtbombe ich bin gerade im ladebildschirm meldung dafür angezeigt dass es die gibt ne sobald ich die freischalt ausrüsten auslusten auslusten ich hatte ja eben einen gelootet und die quatsch die kiste gelootet die eine kleine kiste und habe einen dreierpack ein dreierpack dynamit bekommen aber normales dynamit und dann aber eine einzelne stangen die gewachst waren darunter verstehe ich dass das so eine art sticky bomb ist ich glaube auch dass das so eine art semtex ist was ich gut finde dynamit stangen müssen an den gegnern haften bleiben semtex hallo bruder ich bin noch im ladebildschirm ich habe eine pistole aber es ist ein ein zielfernrohr drauf also ist es eine scharfschützenpistole wow das ist eine einzelne schusswaffe die ich habe ich mal wieder auf meinen schönen revolver umswitchen alles voll geil oder wie das ding aussieht aber wenn er einfach so munitionskette dran hängt voll geil wo lang da 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 hinten mal mal erwartet weiter weiter lassen dass mich mal ah ja super die dreht sich im kopf natürlich nicht in meine richtung ich habe sie wütend gemacht für dich ich muss nachladen und einschlusswaffe ist das ok ist tot danke willst du da auch hin ich hasse wasser jegliches wasser in jeglichen videospielen ich hasse es hat man zuletzt im black ops gemerkt ja übrigens wenn diese folge hier rauskommt ist black ops schon abgedreht ne also kann man nur über rohsch erzählen ja abgedreht ist es eh du meinst schon veröffentlicht ne komplett rein ist der nächste hinweis rechts von uns wasser teufel die waffe ein bisschen leveln und dann guck mal das ist ja doch gut du trägst ein helm ist mir egal ach klatsch ist auf jeden fall wieder alles an kleinen monstern weg war ja was soll das für einer ach so keine ahnung aber ich mache einen auf blade alter mit dem messer tun wir mal heben da hinten den hinweis ne ja ja boah darf ich sich unterfallen dann bin ich nämlich sowas von tot voll teufel incoming ich schuldig nicht ja weiß ich tatsächlich ist das was ich kriege schüsse ab hast du ungefähr gesehen woher in die richtung wo ich jetzt hingucke in den wald richtung nordosten glaube der läuft hier irgendwo rum siehst du das irgendwo ich sehe gar nichts gerade also versuche ich jetzt einfach mal wieder zu dir zu laufen ja mach mal ein bisschen jag mal so ein bisschen hin und her ja ich habe entdeckt ich habe entdeckt ich habe entdeckt ja er hat geschrien hast du denn nein der ist aber verletzt wo war der denn circa kannst du pingeln da ach nein das kriege ich jetzt natürlich nicht durch diese lücke gepinkt oder was ne kriege ich nicht aber die richtung alles klar weiß ich weiß ich auf jeden Fall bescheid also da war der spezielle ist auch noch da er kann sich eigentlich nicht groß bewegt haben er ist ins wasser irgendwo sicher ist es nicht der teufel ist ich habe hier zwei leitern soll ich jetzt einfach mal zu dir laufen was sagst du versuch es mal und wenn du den siehst erschießen ich sehe gar nichts dann ist er entweder tot oder hat sich verpist würde ich spontan vorschlagen lass uns mal hier verschwenden ja der nächste hinweist die nächsten hinweise sind hinter uns hat der echt geschrien eben ja der hat geschrien ist er da da ist ein anderer ich habe ihn getroffen ja ich habe ihn auch einmal oder zweimal getroffen aber der ist immer noch da und ey warte mal uns umrundet jemand uns umrundet jemand hier kommt jemand bei den hunden der ist hier ums Eck ja ne ist er nicht wow der schoss mal nach ja ich habe ihn aber gesehen da hinten ja ja jetzt ist er da ja ach fuck au oh den jep wow ich habe den aber auch erwischt ich wechsle gerade die position ja ich habe ihn und er lebt verschwindet in die richtung ach der hat ein ziel für ein rohr der sack wo ist er denn ungefähr hier war der vielleicht ist das der mate von dem den ich eben umgeknallt habe würde ich schätze weil er ist nämlich alleine sonst würde ich schon direkt pass auf gib mir mal deckung ich versuche mal dem zu umgehen mach mal kracht dahinten oder ist hier der ist bei mir habe ihn habe ihn der ist tot ja das war eine sie lässt mich mal kurz alleine so jetzt möchte ich aber auch mal schnell nachgucken ob der andere vielleicht auch richtig down ist ja den anderen habe ich auch erschossen liegt hier ich habe shooter gehen alter ich suchte mal vielleicht hat er ja was für mich ja ich habe wieder eine stange mitbekommen wo ist der andere der andere der rote der rote beziehungsweise erik erine keine ahnung hier weil vielleicht hat er ja noch medik oder die medik für mich ja doch verbandstasche geil hier vorne gibt es doch mal vorräte auf jeden fall munition gegebenenfalls ja wenn ich spritzen auch gefüllt kriege wäre schon aus naja ich habe ein gewachsenes dynamiten normales dynamit aber leider hier kann man sich heilen was hier kommt es scheinen ja ich bin komplett geheilt ja ich soweit auch wie es irgendwie geht so wo waren wir jetzt eigentlich das war ein richtig krasses sniper duel also ich würde sagen hier lang den weg weiter ja bin ich bei dir alles klar ich höre aus der richtung explosion nice schön dass wir da zwei weg geholt haben aber das freut mich wie gesagt ich finde runde zu runde werden wir besser ja ich bin jetzt die links durch die büschung ja ich geh weiter krass entlang oh nein hier sind zwei lespen lespen aber eins ja da hinten ist der nächste hinweis du bist hier der terminator und ich bin dann supporter war das ist so geil sagst du mal nicht so laut sonst bin ich gleich wieder der erste der stirbt so erstmal ein bisschen fenster gucken ja dann ist der hinweis ja was schon mal dahin ich folge dir mit ein bisschen abstand was mir mal ich war mal kurz und hol den ja rechts von uns schüsse also hinter uns da wo wir waren hast du wird jetzt schon verantwortet ach gott der ist ganz hinten wird schon fast sagen was mal oben in die ausgänge gehen ja also jute hunde zwei jäger weg geholt ja dann ist es aber die richtung wo du herkommst jetzt mal ja ja munition aber auch dass ihre gesellschaft fien nach dann haben wir eine gute runde abgeschlossen zwar ohne objekt aber jetzt noch darunter laufen das befehl zu riskieren ist gerade gemacht haben eben zumindest haben wir jetzt den erfolg mit den beiden jägern das sind genug xp für unseren account und für unseren jäger da hinten ist so ein emulator in der brücke ja ich sehe es oh nein oh nein wasser teufel raus aus dem wasser dann nehme ich lieber den emulator alter komm ja ja und geht auf dich alter jungen was bist du alter ich habe dem schon drei verpasst du bist ja auf dem zombie ich will die schrote ein bisschen level noch ja zwei auf einmal aber der eine steht auch wieder auf ok lol warte 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 krass der kann mit der schrothflinte auch so hauen wenn er nicht zielt nice ja westen lässt ja wenn es nicht wo wir entfernen sind wir müssen weiter nach hier aber wasser gucken wir mal schnell ob hier muni ist ja das ist jetzt vor den ausgängen ist ein riesiges umgebiet ja keine muni das ist jetzt aber schwach optimal ja ab zu den komischen hütten da ich will noch ein bisschen level und ich brauch muni ja bin ich bei dir hallo zombie du wirst meine schrothflinte jetzt abnuckeln oh nice das spawnt einer aus dem wasser da lag da so walking dead ok nein nein ich bin ich bin im wasser danke ja richtung kommt ja ich weiß wo wir sind ja ja dieses komische sumpfdorf wo wir am anfang immer gespawnt sind ah ja ok ähm nein tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö wer bist du was machst du was willst du ach du bist so einer ok nein wieso ist hier nirgendwo ach hier ist schruttflint munition ja zwei schuss danke da liegt ein ganzes kartöhnchen und ich krieg zwei schuss videospiel logik eindeutig videospiel logik hier ist normale munition wenn du haben willst ich hab noch also bis zum extraktions punkt reicht ja ich hoffe auch gesehen oder explodieren sachen wir nehmen schon mit hat er das schatten sieht sogar aus dem gewehr im anschlag und mit dem mantel wo die zombies was machen sie sie sind tot knack das habe ich gehört wir laufen genau drauf zu ja hoffentlich passiert jetzt hier nicht noch was die schüsse sind weit weg die kunden sich alle um das vieh ja bis jetzt aber nur einer das aufgesammelt war ja ich glaube das war die richtige entscheidung zu sagen wir gehen jetzt nicht hin ja vielleicht läuft das wie bei uns eben links vögel vorsicht dass einer von dem zweier team die das vieh gelegt haben jetzt halt getötet wurde das kann natürlich auch sein vorsicht wasserteufel den hol ich mir doch doch nicht weil der wasser verschwindet ist das exaktions punkt ja ja bitte weg hier ist das für dich da hinten immer noch nein ich habe nur geguckt da sind sie niemand überrascht alles geil schön ein bisschen gelevelt ja eine gute runde so aufnahme aus das ist das das ist das das ist das das ist das